Rolex, Bargeld, das ist mein Lifestyle. Das war so ein bisschen das Motto des letzten Parts, als wir mit Fluigi die einzelnen Läden in der Einkaufspassage ausgeraubt haben. Auch ein riesiger roter Monstergeist konnte uns nicht aufhalten. Jetzt haben wir alle Schlüssel und jede Menge Bargeld beisammen und können den Überwachungsraum des Wächters betreten. Er hat einen Aufzugsknopf, den wir unbedingt brauchen. Der Sternenschlüssel öffnet die Tür. Er hat einen Schlüssel-Wojas aufgerfen. Geh mal! Aber diese Form ist doch einwandfrei. Also, ich sag mal, bei so einem Wächter war es eine Leichtigkeit, die Läden auszuräumen. Und ich befürchte, ich muss ihn mit Luigi besiegen, weil Luigi kommt ja nicht durch die Rollläden durch. Hätte der Gute mal auf seine Aufzeichnungen da geguckt, oder eher, was heißt Aufzeichnungen, Live-Übertragungsbilder, hätte er uns schon längst gefunden. Aber da hat er lieber Zeitung gelesen und konnte deshalb von uns überrascht werden. So, während ich mit Luigi, denke ich, jetzt alles gemacht habe, kommt nun der harte Teil. Der Bosskampf. Luigi gegen den Wächter, der eine Wasserpistole hat. Was sehr passend ist, da Luigi ja Wasser nicht mag. Ah, okay, wir können ihn blenden, dann seine Brille abnehmen und ich glaube, jetzt können wir ihn sogar verletzen, oder? Ja, relativ einfaches System. Und während wir ihn hier gepackt haben, schleudern wir ihn gegen die restliche Einrichtung. Macht ja Spaß, alles zu zerstören und gleichzeitig kommt man so auch an... Noch mehr Geld ran? Was ist denn jetzt passiert? Hat er mich rausgeschleudert? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Hat mich sowieso gewundert, weil er plötzlich wieder da war. Oh, er muss nachladen. Perfekt. Wir konnten das ausnutzen. Die Brille ist erneut weg. Und sein Schwanz hängt an unseren Sauger. Nein, nicht schon wieder eine Steilvorlage für perverse Kommentare. Übertreibt das nicht, Leute. Ist ja so. Ist ja alles eine True Story. Oh, vielleicht hat er mich vorhin sogar mit Wasser getroffen und ich habe es nicht gemerkt. Das könnte sein. Wie auch immer. Eigentlich ein recht einfacher Bosskampf. Man muss nur bedenken, dass er... ...auch schießen kann, während wir ihn anleuchten. Aber nicht, während wir ihn aufsaugen! Und auch wenn er, naja, nicht gerade dünn ist... ...passt er da rein. Und Fiji hat das vorzüglich gemacht. Sehr gut, mein Junge. Boah, wir aber gehen. Gucken wir uns nochmal genau um. Wir wollen ja nichts verpassen. Und ein Edelstein fehlt mir ja sogar noch, ne? Mir fehlt aber bisher in jeder Etage mindestens ein Edelstein. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also ob man... Huch. Ob man die überhaupt finden kann. Oder ob die bewusst erst später auffindbar sind. Weil ein bisschen Backtracking wird es in dem Game ja wahrscheinlich auch geben. Vorsicht, Banane. Wir sind zwar nicht in Mario Kart, aber auf denen kann man immer wieder ausrutschen. Ganz normal. Ah, warte mal. Ich glaube, diese Eimer, die kann ich doch... Genau, mit dem Saugknopf. Zerstören. Aber ich weiß nicht, ob mir das überhaupt was bringt. Da ist eine Wasserpistole. Ich fand aber den Boss auch ziemlich leicht. Er war zwar schön inszeniert, aber er war auch ziemlich leicht. Nichtsdestotrotz, wir befinden uns ja immer noch am Anfang des Spiels. Und ich glaube, es gehört ja auch immer noch zum Luigi-Tutorial. Was war das denn gerade? Das sah gerade komisch aus. Ich glaube, hier gibt es gar nichts mehr. Auch wenn das mit dem Regal... ...ein bisschen auffällig aussah. Ah, doch, da ist noch ein Geldschein. Siehste? Na ja, halten wir uns nicht länger auf? Ich glaube, wir können... ...den Raum verlassen. Na ja, so mehr oder weniger, Luigi. Du hast eigentlich alles verpennt. Aber egal. Ja, das mit dem Edelstein, das lässt mich aber jetzt gerade nicht los. Weil man kann doch jetzt eigentlich schon alles finden, oder? Wir haben alle Features, die das Spiel zu bieten hat. Also eigentlich muss ich den irgendwie übersehen haben. Was zur Hölle? Oder war das vorhin ein Fehler? Eigentlich... Tatsächlich. Also vorhin, als ich durchgegangen bin, hat er den einfach fallen lassen. Ist ja auch egal. Jetzt haben wir ihn. Und mir fällt da gerade noch was auf. Sag bloß, da ist der letzte Edelstein. Komm. Komm, gönn! Da ist nichts? Ja, okay. Bisschen Geld, aber... Mehr auch nicht. Ach, schade. Ich hatte kurz Hoffnung. Okay, dann reiche ich den nach, sobald ich weiß, wo er sich befindet. Und für den Moment kehren wir zurück. Andererseits. Habe ich den schon auseinandergenommen, hier den Automaten? Ja, habe ich, ne? Okay. Hm. Oder da oben, dieses Starbucks-Shield? Ne, das kann ich ja auch nicht abziehen. Dann ist es wohl so. Und Luigi, du hast die falsche Rolltreppe genommen. Na, egal. Das hält witt. Kann man ruhig mal machen. Zurück zum Professor, nehme ich an. Oder kann ich direkt in die nächste Etage? Oh, ja. Yeah. Oh, oh. Oh, yeah. Luigi. Du kannst jetzt mit dem Aufzug direkt zu E2 fahren. Ich würde sagen, dass du das direkt mal ausprobieren solltest. Gastronomie-Unterhaltung. Let's go. Geht direkt weiter. Gastronomie klingt schon mal gut. Mmh. Namm, namm. In diesem Hotel gibt es mit Sicherheit nur das fortgüglichste Essen. Jedes Restaurant hat drei Michelin-Sterne. Wie es sich gehört. Ach, Moment. Hier sind wir? Da unten ist doch die Lobby, oder? Ach so. Okay, jetzt geht es in diesen bisher unerreichbaren Bereich. Da sind die Restaurants. Oh, und das kann man mit dem Pömpel abmachen. Ah. Okay. Stehe. Was machst du da, Pinchy? Du bist doch keine Maus. Warum schnappt der sich den Käse? Naja, jeder wie er mag, ne? Ich hab in letzter Zeit Käse auch etwas mehr genießen können. Also es war lange etwas, was ich halt, ja, jetzt nicht aktiv gegessen habe. Klar, auf Bördern oder so schon, aber... So dieses typische Käsebrötchen, das war zum Beispiel gar nichts für mich. Oder auch gegrillt mag ich das nicht. Pizza, ja gut. Aber ich meine jetzt wirklich bewusst so, äh, war nie was. Aber seitdem ich so spezielle Sorten kenne, wie, keine Ahnung, Knoblauchkäse oder sowas. Oder Trüffelkäse. Muss ich sagen. Geil. So, und hier können wir jetzt wohl auch eine Abkürzung erschaffen. Weil das war ja die Tür, die wir auf der Jagd nach dem Zimmermädchen... Ne, das war nicht hier. Äh, ganz am Anfang des Spiels. Wo wir die ersten Räume abgecheckt hatten. Ah ja, genau, da war dieser Umkleideraum. Richtig. Da sind wir hier durchgesteppt und haben gesehen... Da kommen wir nicht weiter. Gibt es hier eigentlich noch was nachzuholen? Ne, das war der Raum mit dem Geldgeist. Da sollten wir mittlerweile alles haben. Aber vielleicht nebenan? Könnte ja sein, dass wir jetzt mit dem E.G. Dinge tun können, die vorher noch nicht möglich waren. Da haben wir auch die Düsterlampe bekommen. Aber nein, es sieht ehrlich gesagt nicht danach aus, als gäbe es hier noch was. Ne, ich denke nicht. Also zumindest auf den ersten Blick würde ich sagen, nein. Okay, weiter. Feuerlöscher. Schmeißen wir mal runter. Wie wir wissen, gibt das ein bisschen... Chaos und Münzen. Beides Dinge, die ich mag. Okay, Chaos nicht ganz so. Zumindest nicht in meinem Zimmer, aber das lässt sich nicht verhindern. Ebenfalls lässt es sich nicht verhindern, dass man dann nicht an alle Münzen rankommt. Schade. So, was machen wir jetzt? Gehen wir erst in den Raum, wo der Polterpinscher hingegangen ist? Oder schauen wir uns um? Ich glaube, ich mache jetzt erst mal das, was das Spiel will. Was ist mit dem Schild? Kann man das abnehmen? Das ist die Speisekarte, ne? Kann man leider nicht lesen. Das schmeckt mir alles nicht. Ach, da kann man dran drehen. Sicherlich auch nicht ohne Grund. Luigi, mach du mal die andere Seite. Ach so, so geht wahrscheinlich die Tür auf, oder? Nee, war tatsächlich ein Edelstein-Rätsel. Cool. Ah ja. Der Dritte, weil wir ja in den anderen Räumen auch schon Edelsteine gefunden haben. Vielleicht kriegen wir ja hier alle zusammen. Oh, ich sehe jetzt schon so viel Essen. Brätsel, Baguette, Kiwi, Orange. Lecker. Ja, er gönnt sich auch direkt. Aber ich höre auch Geister. Wir sind nicht alleine in diesem Raum. Ich glaube, es wird gleich einen Streit ums Essen geben. Geil. Eine Essensschlacht vielleicht sogar. Oh. Oh. No, 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 no. Tatsächlich Mehr oder weniger eine Essensschlacht Jeder nimmt sich irgendwas Essbares, um damit zu kämpfen Kuchen, Baguette Okay, lassen wir das nicht eskalieren, schnell Plättest sie, du EG So Ja, wenn es geht, auch mehrere auf einmal Ich glaube, ich release mal kurz So Ich will gleich zwei blenden und aufsaugen Ja, so muss das Oh nein Der hat mir eine Tomate oder sowas in den Bauch gejagt Oh shit Okay, das ist etwas schwieriger Geh mal hier in die Ecke Diesmal wurde der Angriff verfehlt Und wir können nochmal versuchen, zwei auf einmal einzusaugen Diesmal läuft es besser Schnell auf die anderen schleudern Nein, nicht die Tischdecke aufsaugen, Luigi Verdammt, hier ist echt Alles ein bisschen schwieriger Weil es auch so eng ist Überall steht ein Tisch Oder irgendwas anderes liegt im Weg rum Siehste Anstatt der Geister habe ich mir jetzt die Tischdecke geschnappt Was ich natürlich nicht wollte Verdammt Okay, ich setze nochmal neu an Dies habe ich Aber mit den Kombopunkten wird das hier, glaube ich, eher nichts Oh, was hat denn der für eine fette Torte? Ach, na klar, man kann die Tische auch zerstören Okay, das habe ich jetzt gar nicht so wirklich realisiert Mein schlechtester Kampf bisher Lass mal alles aufsaugen Auch den Käse Oh, den Käse kann ich schießen Ja Oder auch nicht Der verstopft einfach nur meinen Schreck weg Ist also ein weiteres Hindernis Ja, äh Sieht so aus, als sind wir der Sieger dieser Essensschlacht Aber, ja Hätte man jetzt auch besser machen können Wenn man bisher alles in dem Spiel zerstören kann Warum nicht auch die Tische? Hätte mir eigentlich klar sein müssen Naja, was soll's Jetzt wird sich gegönnt Und zwar alles Oh, oh Ich glaube, nebenan ist der Koch Kommt da jetzt schon der nächste Bosskampf? Ist ja ein bisschen schnell Allerdings ist dieses Areal auch nicht wirklich groß, laut Karte Kann also durchaus sein, ja Das war jetzt nicht die beste Idee Den Stampfer einzusetzen Während die Geldscheine hier herumflattern Okay, zwei der drei habe ich noch bekommen Immerhin Was haben wir denn da bei der Garderobe? Irgendein nobler Geist, der mit einem Edelstein hier hergekommen ist? Wenn, dann holen wir uns den Und wir können bitteschön Münzen und Geldscheine in der Speisekarte stecken Das darf ich doch hoffentlich hinterfragen Da oben jede Menge Obst Aber auch Goldbarren und ein Geldsack Ja, natürlich Typische Garderobe eines Michelin-Stern-Restaurants Ich war übrigens selbst noch nie in einem, leider Gibt aber auch keins in der Nähe Wobei, bei ein, zwei Ich glaube, die sind so 60, 70 Kilometer entfernt Aber Ich habe das Gefühl, da kommst du auch nie rein Immer ist alles belegt Ich habe es zweimal versucht mit Anrufen Zu einem besonderen Anlass Gegen nicht Oh, was ist da denn? Luigi, schau dir das mal genauer an Edelstein Ach, da kommt man nur nach oben Ja gut Das habe ich ja jetzt schon alles runtergesaugt Sprich Da gibt es nichts mehr für uns Billasto Gut Sehen wir nach, was der Koch so treibt Dem Rauch nachzuurteilen Nicht Michelin-Sternwürdig Ach du Scheiße Erstmal den Rauch aufsaugen Hier kann man ja gar nichts mehr sehen Geschweige denn Atmen Oh, Luigi Das ist höchst giftig Ich glaube, ich sollte hier nicht zu lange am Start sein Trotzdem sauge ich erstmal die ganzen Goldteller auf Wir müssen glaube ich sogar den Rauch absaugen Sonst kommen wir gar nicht in den rechten Bereich dieses Raumes Oder wie geht das? Moment, da oben ist irgendwas Goldenes Das schaffst du ohne Hilfe Äh, nicht Luigi Allein bist du nicht stark genug Okay, also wir brauchen Luigi Mach ich gleich Erstmal gucke ich mir da oben den, den, den Äh, was ist das? Schweinshaxen an? Okay, und jetzt? Luigi Hilfe! Rauch absaugen Die Feuerwehr ist da Okay Dem gefällt es wohl nicht so Dass wir sein Essen Und seine Herangehensweise beim Kochen hinterfragen Warte mal, was muss ich machen? Lass doch Luigi in Ruhe Ach, wobei, das war gut Das war gut Luigi kann ja nicht sterben Aber der hat sich an dem angehauen Ja, und währenddessen können wir ihn blenden, oder? Nein Aber darf er vielleicht seine Pfanne Absaugen Erstmal weg mit dem Glibberfisch Achso, oder muss ich ihn abschießen? Boah Hä? Ach, mit dem Pömpel, oder? Ja, ja, jetzt habe ich es verstanden Ich bin ja auch so ein Idiot Ist eigentlich ganz logisch Oder? Oder doch nicht? Man muss ihn tatsächlich mit den Gegenständen hier abschießen Also entweder mit den Fischen Oder Was sonst so gerade rumliegt Vielleicht gibt es aber auch alternative Wege Ich schau mal Ich sollte aber vielleicht nicht in ihn reinrennen Ne, Pömpel geht nicht Alles klar Ja, gut Also Luigi Positionieren Das ist ein bisschen schwieriger Aber das hat geklappt Okay Hauen wir ihn auf den heißen Herd Oh, voll mit der Fresse Das tut weh Moment, kämpft er jetzt ohne seine Pfannen? Doch nicht Er war nur kurz unsichtbar Luigi, lauf So, jetzt abwarten Zum Glück tankt Luigi zwei Hits Bam, Treffer Und aufsaugen Hab ich dich Hat ein Walchen gedauert, das zu checken Weil sonst musste man Für sowas ja auch immer den Pömpel benutzen Aber diesmal Ging's damit nicht Okay Aber auch cooler Bosskampf Noch schwieriger als der Wächter Jetzt hatten wir heute tatsächlich Zwei Bosskämpfe in einem Part Hätte ich jetzt auch nicht erwartet Aber Freut Denke ich Jeden Was haben wir da noch in der Kühlkammer? Wir schauen hinein Alter, was ist das? Das sieht nicht essbar aus Ist das ein Lampenfisch? Oder Anglerfisch? Oh mein Gott Erschreckt mich doch nicht so Polterpinscher Was machst du? Hat er sich das Fleisch gegönnt Oder ist er jetzt Fisch? Naja, Hunde mögen Soweit ich weiß Auch Fisch Jetzt nicht priorisiert Wie Katzen Die stehen da eher drauf Aber Ein bisschen Fisch Kann nicht schaden Kann der nicht nochmal sein Maul aufmachen, bitte? Ich will die Goldbarren haben Oder habe ich da jetzt einen Fehler gemacht? Hätte ich nicht dran ziehen dürfen Oh nein Achso, warte Luigi Steig du ihm ins Maul Ja Ach geil So geht das Alles klar Nice Gucken wir uns noch die andere Kühlkammer an Gibt ja zwei Äh Ich glaube, der ist nicht ganz richtig positioniert Da habe ich die Türklinke erwischt Ach, das ist ein normaler Kühlschrank Mit Pudding Kuchen Und einem Raben? Was? Um alles in der Welt? Oh, warte Ich glaube, wir können noch hier den Backofen aufmachen Tatsächlich Komm, das muss jetzt aber ein Edelstein wert sein Ein Truthahn Schade, der bringt mir an sich nichts Einfach nur Ein lustiges Element Ah, aber an der Uhr kann man noch drehen Und sich den einen oder anderen Geldschein gönnen So, was haben wir denn noch? Was? Ein Saustall Also, wenn das im Restaurant generell so aussieht, dann Vergeht mir der Appetit Weiß nicht, wie ihr das seht Aber ist so Gut, jetzt noch hier oben an den Lüftschächten Geht nix Alles klar Dann würde ich sagen Schnappen wir uns das Ding Wie jetzt? Gut Ich hab mir ja schon gedacht Das ging eigentlich zu schnell Das ging eigentlich Dann Unknown Bone Im Sie Sie The realm Be Sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020